Gibt es ein Problem mit dem Biber? Diese Frage versucht eine neue Ausstellung im Schloss Altramft bei Bad Freien Walde zu beantworten. Zu sehen sind Fotos, nachgebaute Biberburgen oder Filme, die die Tiere in ihrem Lebensraum zeigen. Wir wollen diese Ausstellung dazu nutzen oder dazu anregen, über den Biber zu sprechen, die verschiedenen Meinungen auszutauschen und natürlich dann vielleicht auch zu einer Lösung zu kommen, wie der Biber und der Mönch zusammenleben können. Landesweit soll es rund 4000 Biber geben. Vor allem im Oderbruch nehmen die Zahlen rasant zu und damit die Schäden, die die geschützten Tiere anrichten. Zwar hat die Landesregierung ein besseres Bibermanagement versprochen, den Bauern reicht das jedoch nicht. Das sind letztendlich auch Entscheidungen, die im gegebenen Fall, wenn kein anderes Mittel mehr griff, die Entnahme von Problembibern. Bis zum 5. Mai ist die Ausstellung im Schloss geöffnet. Bis zum 5. Mai ist die Ausstellung im Schloss geöffnet. Bis zum 5. Mai ist die Ausstellung im Schloss geöffnet. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.